Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Odyssee-Gemeinde, hier wieder eine kurze Wortmeldung zum nahenden, hoffentlich schönen und erholsamen Wochenende. Ja, eine kurze Info vorab, bereits gestern ist unsere aktuelle Ausgabe des Dachtekenduetts erschienen und zwar auf unseren alternativen Kanälen. Und ich werde diese Folge im ersten Kommentar unter diesem Video verlinken, also klicken Sie drauf, schalten Sie ein und falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie uns auch auf unseren alternativen Kanälen, beispielsweise bei Odyssee, bei Telegram und von mir aus auch bei Facebook, wenn Sie da sind, ja, damit Ihnen in Zukunft nichts mehr entgeht, ja. Soweit dazu, fangen wir an. Die BILD berichtet zunehmend undemokratisch, Wirtschaftsaufstand gegen die Ampel. In einem Brief an die Bundesminister, liegt BILD vor, beschweren sich 20 Verbände über die Zusammenarbeit mit der Regierung. Ein Vorwurf, die Wirtschaft wird bei der Vorbereitung von Gesetzen zu wenig und zu spät eingebunden. Dieses Vorgehen sei undemokratisch und auch verfassungsrechtlich bedenklich, schimpfen die Verbände. Sie kritisieren das aufs Schärfste, weil sich die Bundesregierung damit von demokratischen Prozessen entfernt. Und die Meinung der Bürger und Firmen, also der sogenannten Zivilgesellschaft, werde nicht hinreichend berücksichtigt. Tja, soweit die BILD. Ich persönlich halte das alles für Unfug, ich halte das für totalen Unsinn, Denn genau das ist die Demokratie, die wir hier haben, wie wir sie genießen. Ja, also wir gehen hin, geben alle vier Jahre unser Kreuzchen ab, werfen es in eine Urne und haben dann, wie gesagt, vier Jahre nichts mehr zu sagen. Das ist eine Erfahrung, die hier Millionen von Bürgern tagtäglich machen, wenn man so will. Und ja, es ist außerdem heuchlerisch, denn diese 20 Verbände machen diese Erfahrung jetzt vielleicht gerade zum ersten Mal, jetzt wo ihre Interessen durch die Regierung, die vielleicht vorher berücksichtigt worden sind, jetzt nicht mehr berücksichtigt werden. Aber ich gehe felsenfest davon aus, dass es andere Verbände gibt, die das ganz, ganz anders sehen, deren Interessen nämlich jetzt gerade berücksichtigt werden. Ja, also insofern sollen sich diese 20 Verbandsvertreter doch mal keinen Kopf machen. Es ist alles wie immer, nur hat sich deren Position halt leider ein klein wenig zu ihren Ungunsten verändert. Tja, und diese Demokratie, die wir hier alle feiern und genießen, ja, die braucht selbstverständlich auch ihre Fürsprecher, insbesondere aus der Künstler- und Kulturszene. Und einer dieser Fürsprecher ist, natürlich, Sie kennen ihn alle, Herbert Grönemeyer. Ja, Herbert Grönemeyer hat ja heute irgendwie ein neues Album rausgebracht. Die Medienwelt ist ja diesbezüglich regelrecht in Aufruhr. Ja, und Herbert Grönemeyer hat sich jetzt zu Wort gemeldet und ich möchte mal aus der Welt zitieren. Grönemeyer kritisiert dieses neoliberale Meine Freiheit über alles Gedöns. Ja, und in dem Artikel beschreibt er dann beispielsweise, dass er es unerträglich findet, dass es ja immer noch einen Ostbeauftragten gibt, weil die Bundesländer, wir sind ja, wir sind ja alle ein Land und man sollte keine Unterschiede mehr zwischen dem Osten und dem Westen machen und bla bla bla. Aber interessant wird es in folgendem Absatz, den ich jetzt zitiere. In Deutschland würden 13 Millionen Menschen nicht genug Geld zum Leben haben, gerade Kinder, Familien, Alleinerziehende und Ältere. Der 66-Jährige sagte dazu im Interview mit dem Tagesspiegel, setzt mal das Thema Armut in den Fokus. Das würde Identität stiften, nicht dieses neoliberale Meine Freiheit über alles Gedöns. Ja, Herbert, möchte man da fragen, Herbert, in welchem Land genau ist denn die Abwesenheit von Freiheit ursächlich für den dort herrschenden immensen Wohlstand? Ja, richtig, dieses Land gibt es nicht, denn, ja, wer Wohlstand wirklich haben will, ja, wer Armut wirklich effektiv bekämpfen will, der müsste eigentlich Tag ein, Tag aus nichts anderes tun, als sich für die Freiheit jedes Einzelnen einzusetzen. Ja, denn nur Freiheit schafft Wohlstand. Der Herbert weiß das nicht, ne, stattdessen glaubt er immer noch an dieses Gemeinsinn, Gedöns, also was ja auch nichts anderes ist als dieser unerfüllbare Wunsch nach einem funktionierenden Sozialismus. Das wird es niemals geben, Augenblick. Entschuldigung. Apropos Gemeinsinn. Sie haben es ja mitgekriegt, für Montag ist ja jetzt ein großer Warnstreik angekündigt. Verdi und die Bahngewerkschaft EVG haben dazu aufgerufen, und ich möchte mal kurz zitieren aus der Tagesschau, Kritik am geplanten Warnstreik, Bevölkerung nicht in Geiselhaft nehmen. Die Kritik am geplanten Warnstreik im Verkehr am Montag ist groß und kommt von vielen Seiten. Der Bundesverband Güterverkehr warnte vor Chaos und brachte sogar eine Aufhebung des Lkw-Fahrverbots für diesen Sonntag ins Spiel. Ja, meine Damen und Herren, worum geht es? Es geht natürlich ums gute Geld. Ja, es ist ja gerade Inflation. Und ja, weil bei vielen Beschäftigten aus diesem Sektor eben die Bezüge am Ende des Monats nicht mehr reichen, denn, ja, sollen jetzt die Bezüge auf Kosten derer, die unter anderem in der Privatwirtschaft tätig sind und deren Bezüge vielleicht auch nicht ganz ausreichen für den ganzen Monat, die sollen jetzt dafür aufkommen, dass die Bezüge der, wie gesagt, Beschäftigten in diesem Sektor steigen. Tja, aber wie sagt der liebe Wendler, egal, ja, ich muss mal sagen, wenn, aber auch nur wenn die Gewerkschaftsfunktionäre weiterdenken könnten als nur 5 Meter Feldweg, ja, dann wüssten sie, dass die Forderung nach einer Lohnerhöhung in einer Hochinflationsphase auch nichts anderes ist, als Feuer mit Benzin zu bekämpfen, ja. Dann würden sie, ja, so wie gesagt, wenn sie weiterdenken könnten als 5 Meter Feldweg, dann würden sie vielleicht auch an die Wurzeln des Problems gehen. Ja, und was sind die Wurzeln des Problems? Ja, selbstverständlich die Gelddruckorgien unserer Regierung, die selbstverständlich das Geld immer weniger wert werden lässt und zudem auch noch die immens hohe Steuer- und Abgabenlast, die wirklich alles hier, ja, künstlich verteuert und, ja, das geschieht eben auch durch die Regierung. Ja, aber dazu muss man natürlich auch sagen, dass hier der öffentliche Nah- und Fernverkehr auch Teil dieses Systems ist und, ja, ich sag's mal so, an die Wurzel des Problems zu gehen, würde da wohl auch bedeuten, sich ins eigene Knie zu schießen. Also lässt man es lieber. Also, meiner Meinung nach sollte man wirklich alles privatisieren, was nur zu privatisieren geht und Gewerkschaften zudem verbieten und dann einfach mal abwarten, was passiert. Ja, ich weiß nicht, haben sie es mitgekriegt. Und laut einer Umfrage, das habe ich gestern gehört, soll ja eine Mehrheit der Deutschen für ein individuelles CO2-Budget für jeden Bürger sein. Ja, wobei angesichts der Tatsache, dass hier doch ein nicht geringer Teil der Bevölkerung wirklich komplett verblödet ist, halte ich das sogar durchaus für möglich. Ja, denn ich denke, die aller, allerwenigsten Bürger machen sich wirklich eine Vorstellung davon, was es eigentlich bedeutet, wenn der private Konsum, ja, eine gesetzliche Grenze auferlegt bekommt. Also, wenn wir tatsächlich in einer Zuteilungswirtschaft landen, in der, ja, wie gesagt, dem Wohlstand der Menschen gesetzliche Grenzen gesetzt werden. Ich denke, die Leute stellen sich das vielleicht ein klein wenig zu einfach vor. Also, ich weiß nicht, dieser, Sie kennen vielleicht diesen, diesen Herrn Schellenhuber, der hat sich diesbezüglich ja auch schon mal geäußert. Der meinte nämlich, momentan ist es so, dass jeder von uns ungefähr 10 Tonnen CO2 pro Jahr, in Anführungsstrichen, verbraucht, beziehungsweise produziert durch seinen Konsum. Ja, und dieser, dieser, dieser Verbrauch, beziehungsweise dieser Konsum sollte auf drei Tonnen reduziert werden. Ja, das heißt, wir müssten auf gut zwei Drittel, ja, doch gut zwei Drittel unseres Konsums verzichten. Und das betrifft ja alles, das betrifft die Mobilität, das betrifft die Art und Weise, wie wir wohnen und das betrifft auch die Art und Weise, was wir anziehen und vor allen Dingen auch, was wir essen. Ja, und da sollte man sich mal Gedanken drüber machen, was es denn bedeuten würde, wenn wir auf einmal auf, in Anführungsstrichen, zwei Drittel dessen, was wir gerade konsumieren, verzichten sollen. Ich glaube, die Leute haben davon keine Vorstellung. Und zudem glaube ich, dass diese Leute außerdem so naiv sind, zu glauben, dass es dann auch, was weiß ich, keine Privatjets mehr gäbe oder Luxusjachten oder Steaks. Ich weiß nicht, die glauben dann, hätten alle gleich wenig und das wäre dann gerecht. So, und da schneiden die sich selbstverständlich in den Finger, denn es wird selbstverständlich auch nach der Einführung eines solchen Systems Luxusjachten geben und auch Privatjets und es wird auch solche Leute geben, die durch die ganze Welt reisen und dort wirklich die besten Speisen aus aller Herren Länder zu sich nehmen. Und das werden selbstverständlich auch Politiker sein, ja, denn sie wissen ja, alle Schweine sind gleich, nur manche Schweine sind halt gleicher. Ja, aber davon machen sich diese Leute offenbar keine Vorstellung. Aber, ja, wie dem auch sei, warten wir mal ab, was da passiert, ob das wirklich kommt. Mal schauen. Jetzt vielleicht noch eine ganz, ganz lustige, ganz, ganz ulkige Meldung zum Schluss, kurz vor Wochenende. Die Welt berichtet. US-Außenminister Blinken schließt Verhandlungen über Grenzen der Ukraine nicht aus. US-Außenminister Antony Blinken hält es für möglich, dass die Ukraine über ihre Grenzen verhandelt. Die Entscheidung darüber liege aber bei den Ukrainern, betonte er am Donnerstag vor einem Parlamentsausschuss in Washington. Jeder eventuelle Friedensschluss müsse gerecht und dauerhaft sein. Die Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine müsse gewahrt bleiben, betonte Blinken. Aber wie diese konkret im Territorium definiert wird, da warten wir, dass die Ukraine uns das sagen. Ja, genau. Die Ukraine entscheidet, weil die Ukraine schließlich ein völlig souveräner Staat ist, der ganz und gar nicht von anderen Ländern abhängig ist, wie beispielsweise Ricarda Lang von McDonald's. Ja, Spaß beiseite. Ich finde, das sind jetzt ja doch ziemlich interessante Zwischentöne, die man da hört. Zumal ja vor nicht allzu langer Zeit, ja, allerorts und von jedermann gefordert worden ist, dass das einzig denkbare Ende dieses Konflikts darin liegt, Russland final zu besiegen. Ja, das sind, wie gesagt, jetzt etwas andere Zwischentöne, die da laut werden. Ich bin überrascht. Ich bin, ja, was heißt überrascht? Naja, warten wir mal ab, wie sich das noch entwickelt. Wollen wir es dabei für heute und für diese Woche belassen. Meine Damen und Herren, die neueste Ausgabe von Eigentümlich frei ist erschienen. Wenn Sie uns unterstützen wollen, dann beziehen Sie doch gerne eines dieser herausragenden Einzelhefte oder bestellen Sie direkt ein Schnupperabonnement oder auch ein Jahresabonnement, ganz so wie Sie wollen. Oder wenn Sie uns anderweitig unterstützen wollen, Sie können uns jetzt, Sie können jetzt auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Ich glaube, das geht schon ab 99 Cent pro Monat. Wir würden uns darüber wirklich sehr, sehr, sehr freuen und es würde uns selbstverständlich auch unterstützen. Oder Sie können uns auch einen, ich weiß gar nicht, so einen Thanks-Button, der ist, glaube ich, nee, der ist hier. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, der Thanks-Button müsste hier sein. Da können Sie draufklicken und uns eine kleine Spende zukommen lassen. Auch das würde uns immens weiterhelfen. Ja, und wenn Sie mich dabei unterstützen wollen, der größte, mächtigste und bekannteste Schlagerstar dieses Universums zu werden, dann, wie immer der Hinweis am Ende dieser kurzen Wortmeldung, klicken Sie auf dieses Video hier, Steuern sind Raub und klicken Sie auf dieses Video hier, Ich lieb CO2, das sind die Themen der Stunde. Klicken Sie drauf, schalten Sie ein und teilen Sie diese Videos bitte mit aller Welt. Dafür danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich vorab. Wünsche Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende und verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Alles Gute und Tschüss.